Hallo ihr Lieben, ich bin's! Folgendes, ich habe ein kleines Update für euch und zwar, ich bin angefragt worden für ein Sync the Planet, da geht es darum, dass man auf der ganzen Welt zur gleichen Zeit Töpfe fährt. Wer nicht genau weiss, um was es geht, im Anschluss von diesem Video gibt es dann einen Trailer von diesem, schaut das euch an. Und ich wollte euch mitteilen, dass ich auch dabei bin und das fährt am 12. Jahr Schweizer Zeit, ich werde aber am 11. Jahr ein kleines Meetup machen mit euch. Die, die wollen, dürfen gerne mitkommen bzw. an das Treffen kommen. Wir können miteinander sprechen, euch Fragen stellen, Fotos machen, was auch immer. Und wir werden dann im Anschluss zusammen fahren, die, die wollen. Ich denke mal so ca. 1-2 Stunden. Wichtig ist, es findet bei jeder Witterung statt. Egal Regen, Schnee, wo sie nicht denken. Aber ja, ich freue mich, wenn ihr kommen würdet. Der Event findet am 5. August, an einem Samstag, am 11. Jahr statt. Treffpunkt ist der Wildnispark in Zürich. Ich werde euch den genauen Standort verlinken, unten in der Beschreibung, wo ihr den Ort findet. Ich freue mich auf euch. Bis bald! Der Wildnispark Es ist nicht ein secret, dass die Welt geht durch diese Zeit. Every Jahr, ich find refuge in dieser riesigen internationalen Community der Writers. Diese Menschen haben, once again, restored meine Faith in die Human Race. Und was kann man beaccompliert, wenn wir alle unsere Gedanken zusammenarbeiten. Von all over der Welt, in ihren eigenen Worten. Through pictures and sounds. Here are some of the most amazing people the world has to offer. Hi guys, this is RJ. This year, like all other years, I'll be doing Sink the Planet on the 5th of August, 2017. Hope you can join me. Come ride with us for Sink the Planet 2017. The Planet 2017 The Planet 2017, slash, o nome do teu canal. Dia 5th of August, as 12h, Tempo de Paris, 11h in Portugal. In einem Raito synchronisado de motos Mundial. If you want to participate, I will participate. Motel PT2 from Portugal. It is my family, eilandere, Mr. Tropolotti, with a elektromoto, on August 20h. Ilusas de Eestis. Ciao, da Rail in Tuscany. Anche quest'anno si terrà il Sink the Planet, edizione 2017. L'argomento è, se tu potessi cambiare qualcosa al mondo, cosa cambieresti? Unisciti a me e ad altre centinaia di motociclisti in tutto il pianeta, sabato 5 agosto alle ore 12 italiane, e facci sapere cosa cambieresti. Ciao! Dosto, mera naam hai Vikas Rajamala, e mi ride karunga for Sink the Planet 2017, India mein. Join me and ride for Sink the Planet. G'day guys, Mr Oz Adventure here, and I'm hoping that you can join me on August 5th this year for Sink the Planet 2017. I'll be riding at 8pm Australian Eastern Standard Time from the beautiful Gold Coast in Queensland, Australia. Hi, it's Kim from Ride Victoria. Join me and others as we Sink the Planet, both locally and around the world. I'm not going to brag or anything, but we had 26 riders in Victoria last year, and it was 3am in the morning. Not like that's a challenge at all. Just saying. Sink the Planet 2017, Tricotti Ducotti, Scottsdale, Arizona. Join us! Sink the Planet 2017, Tricotti Ducotti, Scottsdale, Arizona. Sink the Planet 2017, Tricotti Ducotti, Scottsdale, Arizona.